So, gleich kommt der neue Boss. Gucken wir mal. Mal gucken, wir mal. Oh ja, da ist er. Da ist er, der Mann. Der Mann meiner Träume. Ah, der stand oben schon und hat gewartet, der reichen Wandler. Den habe ich gesehen, vorhin schon kunst er aber nicht angreifen, weil er noch immun war. Oh, Alter, der drückt ja gleich richtig Schaden in die Fresse, ey. Du musst halt so, dass du wegkommst, Alter. Aber die Insekten sind cool, weil die Federn, die machen nicht so viel Schaden, ey. Aber die, warum ist das Kraftfeld hier, Alter. Oh, die Tausendfücher fetzen. Ich werde aber den Affen nehmen als Begleiter am Anfang und dann irgendwann meine Skilung neu anfangen. Für den Tausendfücher. Ich muss aufpassen, dass ich den... Ich denke, ich muss mich kalt machen, Alter. Oh, wo ist denn der? Was ist denn nur der Klapperkopf? Jetzt müssen wir hoch. Die Hosen sind scheiße, alles. Ah, hier, das hat noch ein bisschen Schaden gekriegt, der Kamerad. Oh, Mann. Der drückt Schaden ohne Ende. Die ziehst du hier an dir ran. Eine Wolke. Wo Schaden verursacht. Reichwandler. Der gibt schön XP. Was ich halt nicht verstehe, äh, warum da siehst du, was noch nichts weiterzählt. Oder mitzählt, sagen wir mal so. Schaden, Temche, Tusch 관che. Wir brauchenen. Ich Mmachs, haben wir Zeit. Ich wünsche nur Zeit. Tusch, ich denke, wir brauchen uns ExceptECT. Tusch, ich denke, wir brauchen einiger Tag. Ja. Entschmerzt, ich komme nicht hin. ja und hier hoch sekten ein bisschen schalten musste schon mit machen das ist eine belohnung warum ich so gleich hin das ist bestimmt alter bei den sechsten weißen jahr da aus hier aus das soll man schwert start binger haben auch noch nicht aber jeder mag das cool der macht sein zu kaufen sich viele haben sich viele nicht die klasse obwohl sie sich richtig nice spielt er würde ich sagen das muss einsammeln reichen wandel jetzt geht es weiter oder was es gibt es weiter reichen wandel besiegt oder wo sie mir denn mein insekten machen das stelle ich wüsste nicht was das jahr ist was ihr abgeht ich habe keine gruppe ich bin ja alleine hier die insekten sind schon gut aber ich spiele sie auf hardcore ich will es nicht vielleicht muss ich auch wieder raus ich weiß es nicht gebt euch wurde die quelle ja das ist alleine machen oder was zusammenziehen insekten raus fertig der drückt schaden junger sage ich dir ich mache mich kalt portal öffnen so brach das war es wohl die quelle also will ich verarschen oder was ich kann doch hier nicht irgendwie post machen in schwerer jungen hatte ich doch gar nicht mal hin mir was die verschaden drücken alter das war's da kann ich rausgehen gibt noch mal tief beuge aber ja ich so scheiße ich mich mit gelohnt und die kriegst ich hätte sie auch schwer anfangen sollen normal hätte gereicht normal hätte gereicht gut haben uns das maus ruhen